Der Avanti C von La Strada bietet durch das Drehen der Fahrerhaussitze eine flexible Sitzgruppe für bis zu vier Personen. Zusätzlich verfügt er über einen beheizten Doppelboden. In der Küche befindet sich ein zweiflammiger Gaskocher sowie ein Absorberkühlschrank mit einem Fassungsvermögen von 80 Litern. Das Badezimmer ist mit einer abgetrennten, vollwertigen Dusche ausgestattet und verfügt über eine Keramiktoilette, ein Waschbecken und ausreichend Stauraum für Hygieneartikel. Im Heck befindet sich ein Bett mit den Abmessungen 197 mal 145 Zentimeter. Der Campervan verfügt über einen Frischwassertank mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern und einem Abwassertank mit 90 Liter Volumen. Mit einer Länge von 636 Zentimetern, einer Breite von 205 Zentimetern und einer Höhe von 289 Zentimetern bietet er ausreichend Platz. Die Zuladung beträgt bis zu 500 Kilogramm.